Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wo soll ich mit ihm hin? Was willst du von uns? Ich muss einen Weg finden, ihn zurückzubringen. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Er macht es ständig. Holt Sachen, bringt Sachen. Wir setzen den Hund ins Auto und bringen ihn auf die andere Seite. Das ist nicht das erste Mal und nicht das letzte. Mein Gott, Janis, warum muss bei dir nur Andor und so ein Chaos herrschen? Psst. Entweder wir holen ihn oder wir gehen zur Polizei. Mit diesen Typen wollen wir nichts zu tun haben. Verdammt. Du spielst Gitarre aus deiner Band? Jetzt nicht mehr. Wenn das alles vorbei ist, kommt er wieder zu mir. Ich habe dich nicht verlassen, Kika. Du hast uns verlassen. Was ist so besonders an diesem Hund? Er ist nicht nur ein Hund. Er ist Jimmy. Du darfst keine tierischen Produkte von der türkischen auf die griechische Seite bringen. Was ist mit einem Puten-Sandwich? Darf man die Grenze überqueren, während man das Sandwich isst? Wir behren nicht. Zurvor ich dich nicht Otwanderkunde. aber gerade zu schnauern gar nicht hier. Wir haben Harmon Subtitel Foto. Ich sag mal auf nur needig. ��이 mal Aineinig.